Mist, wo kriege ich denn Farming Tools her? Hallo! Birds! Vogel mit B. Bräule. Ne, warte mal, das sind die klassischen... Ich will ja die Stock Chicken haben, ne? Diese hier. Dafür brauchen wir nur Gold Coins. Okay, das hole ich mir einmal. Ich brauche fünf. Wo ist mein Foto? Von dem Dings. Ich brauche mein Foto vom Grainshot. Fünf Stock Chicken brauche ich. Okay. Fünf. Bye. So, haben wir. Wo kriege ich jetzt dieses Farming Tool her? Hier hinten vielleicht? Bei dem Kollegen? Hallo! Ich brauche Farming Tools. Hast du sowas? Und wenn nicht, sag mir, wie das aussieht. Aha. Oh ja, wir haben bald Ostern, tatsächlich. Hm. Dekorativ. Ja komm, lass mal kaufen. Das hier. Nein. Beide. Das hier. Nehme ich mal mit. So. Zwei. So, wo haben wir denn jetzt? Ich habe echt keine Ahnung, ne? Oder kann ich das selber craften? Hier sind die Large Wooden Boxen. Ja, ich bin auch doof. Hätte ich auch direkt da machen können. Okay. Hm. Nein. Okay, einen haben wir noch. Der vielleicht. Mal gucken. Du. Hast du Farming Tools? Ey, kein Plan. Keine Idee, wo wir das kriegen. Ich gucke jetzt nochmal, falls ich das übersehen habe. Na gut. Nochmal nach Hause. Ich habe keinen Plan. Das muss ich gleich mal googeln. Hilft ja nicht. Das hilft ja nicht. Sehr, sehr mysteriös. Diese Farming Tools. Also, ich habe jetzt gedacht, dass es vielleicht einfach irgendein Werkzeug ist, was wir verkauft haben. Blöd, blöd, blöd. Rückweg geht immer relativ schnell, wie ich finde. Hallo. Spiel. Spiel. Okay, hier war definitiv nichts. Ich bin auch der Meinung, ich hatte mal mehr Zeug, oder? Tool Sets. Upgrading Kit. Oh. Ja. Ähm. Das irritiert mich etwas. und ich hatte auch ich hatte doch mehr zeug oder irgendwas ist ja komisch sie irgendwas verloren gegangen es gibt noch zwei werkbänke wo ich gucken kann hier ist gar nichts drin okay hier ist ein bisschen was mhm oh hier sind auch noch ein paar sachen ja interessant okay ja dann werde ich mal kurz gucken ich hoffe weil das spiel ist ja irgendwie nicht so wird nicht so viel gespielt wie ich finde mal gucken ob wir da irgendwie was finden in america wie das aussieht würde ich einfach gerne wissen ja schon irgendwie eine hake oder irgendwas aber ich bin der meinung craft it at blacksmiths ach so okay okay ja alles klar das heißt wir haben ja noch mehr werkbänke klar logisch in jedem dieser häuser habe ich vergessen doof naja gibt schlimmeres so blacksmiths haben wir hier und wir brauchen muss kurz gucken ein farming ein farming tools nachdem wir einfach noch geht doch einfach bei tools rein ja aber da ist kein farming tool ach nehmen wir das okay alles klar so wir brauchen hardwood okay dreimal hardwood hardwood oh da haben wir aber nicht so viele von na gut oh ich habe durst ich sehe es gerade da wird es ganz komisch gerade im bild und was essen könnte ich auch eine ganze einen ganzen kürbis hauen wir uns rein was haben wir noch das hier so sehr gut okay jetzt aber ich habe eben stock chicken gekauft wo sind die das das hatte ich beim letzten mal als ich die schweinefarm gebaut habe auch die sind nicht da ich habe 250 gold coins bezahlt für diese kack chicken und jetzt sind die nicht da das ist nicht okay hallo wie kacke ist das denn ich habe die doch gerade geholt hä fünf stück habe ich eingegeben 250 gold genau wie mit den schweinen muss ich die zweimal kaufen sehr interessant wenn wir nämlich auf der seite wo jetzt die schweinefarm ist da hauen wir die ganzen farmen hin und auf die andere seite machen wir die ganzen tiere hin und geradezu machen wir dann in zehn jahren oder so die ganzen anderen farmen hin mit dem gemüse und so oh gott it is so creepy also das ist wirklich das spiel ist wirklich extrem grindy bis halt ständig am rennen und machen und tun aber ich glaube wenn du alles an ort und stelle hast am sinnvollsten ist es wahrscheinlich wirklich die die dinge zu bauen womit du ressourcen bekommst um dann die anderen sachen zu bauen macht eigentlich sinn hätte ich wahrscheinlich als erstes machen sollen für stein und holz und 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 jetzt will ich aber eine hühnerfarm der sieht auch ganz schön kacke aus hier der typ morse mutated prisoner mhm netter geselle so jetzt gibt mir meine hühner verdammt wie frech einfach du du hast mich beschissen hier jetzt sind hier hier steht jetzt fünf jetzt habe ich die auch es war doch vorhin genau so was ist denn da los höchsteigenartig naja schön abgezogen nicht nett überhaupt nicht nett so jetzt will ich aber auch noch mal wissen was so eine steindings kostet und so ein holzteil und für alle dinger braucht man irgendwie settlements und ich weiß noch nicht so genau wo man die herbekommt ist wahrscheinlich alles so ein random loot aber die kann man auch kaufen die settlements in der stadt na komm husch husch und wir wissen jetzt wo wir die krassen waffen herkriegen die krassen betäubungswaffen da müssen wir doch mal nach kitesburg so dieses geruckel ist echt doll okay jetzt chicken farm und ich baue sie erstmal chicken und ich wollte gucken das ist auch cool ne wenn wir hier so eine jägerhütte machen kriegen wir rohes fleisch und tierhaut hier kriegen wir fisch das ist doch richtig gut oh nein ich habe die dinger weg ich habe die dinger verkauft ich muss die ich muss eigentlich alles behalten wir können eigentlich gar nichts verkaufen also vor allem nicht diese ganzen werkzeuge die wir finden Mist aber gut die können wir auch bauen ähm ja hier da kriegen wir timber hier kriegen wir steine dann können wir auch die steine da einfach lagern dann müssen wir das nicht alles hier vorne lagern Eisen also Eisen und Kohle kriegen wir hier nur Bronze und Kupfer Clay also Lehm okay hier kriegen wir Mehl ja nice auf jeden Fall ich würde mir jetzt fast erstmal Stein eine Stone Mason hat bauen weil Stein brauchen wir für die Wege haben wir einen Schüssel Strauss und Timber Strauss, Timber und Schüssel ey Schüssel habe ich bestimmt auch verkauft Strauss 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 warte ah ich habe es gerade gesehen stopp hier Strauss ja und wo kriegen wir jetzt einen Schüssel her haben wir hier einen drin habe ich glaube ich schon mal gesehen ein Messer kein Schüssel den kann ich doch bestimmt bauen vielleicht vielleicht da Schüssel her damit Steel Ingold okay dann baue ich mir gleich noch das Stein Ding das ist auch ganz gut so ähm wir haben auch glaube ich noch so ein paar von den Wegen wenn ich mich nicht irre so Stone Masons Hut Full Working Settlement so und hier haben wir vielleicht noch ein paar Wege siebzehn Träumchen einen der nicht reinpasst dann hätten wir auch noch die 30 von den Holzdingern aber gut so dann machen wir erstmal die Chicken Geschichte da hinten neben die Schweine würde ich sagen das Ding ist ich müsste hier eigentlich auch noch weiter bauen oh es snippt das ist neu oh cool da habe ich mir ja mal einen abgefummelt ähm Snapping On mit Z okay Free Placing mit X achso ja das ist ja super jetzt snappt er nicht mehr alles klar ähm so okay Free Placing X aber dann setzt er das nicht so geht so w klang w w w w w w w Warte mal ganz kurz. Das machen wir mal anders. Obwohl, eigentlich ist es Quatsch, weil wir müssen hier irgendwie... Ach, Mist, wir müssen hier weiterbauen. Oder... So, hier kommen die ganzen Tiere hin. Okay, hier kommen die ganzen Farmen, die Tierfarmen hin. Ist voll schade, dass das nicht so simpel geht, ne? Das finde ich gar nicht so gut. Ich hätte das jetzt gerne... Das ist mir zu viel Fummelei hier, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich brauche noch einen, um einen Anhaltspunkt zu haben. Na, das wirkt jetzt ein bisschen frickelig hier, aber okay. Und die Frage ist jetzt... Hier ist auch ein bisschen schief, ne? Mist. Die Frage ist jetzt, packen wir jetzt das Hühnerteil direkt daneben? Und wie groß ist das? Oha. Ja, schön. Ich glaube, das ist ganz süß, aber... Ah, okay. Das muss auf jeden Fall irgendwie... Hier rein. Okay. So. Und hier können wir natürlich überall auch Kisten reinstellen. Das ist kein Problem. Und hier wird jetzt... Hier wird jetzt Eier und Federn produziert. Dann kann man hier so schön die Prozente aussehen. Mal gucken. Na, ihr Süßen. Es sieht schon schön aus. Also mir gefällt das. Und so wird so nach und nach hier die Hütte beliebt. Echt schön. So, jetzt muss der Weg natürlich hier weitergemacht werden. Und dann hier rum. Dazwischen würde ich jetzt nicht unbedingt was machen. Maximal so ein Holzweg oder sowas. Das würde gehen. Das hätte man noch machen können, ne? Naja, vielleicht versetze ich den auch noch. So. Ähm. Dann macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, hier hinten noch so eine Werkstätten zu bauen. Ah, genau. Hier haben wir das ja auch mit dem Holzweg. Ich stelle mal das Steinding hier hin. Mal gucken, wie das aussieht. Haben wir da eine Treppe? Ja. Hier. Oder? Hier. Hier ist die Treppe. Okay. Große und kleine Steine. Das ist ganz praktisch, weil dann können wir das hier direkt reinschmeißen, ne? Wahrscheinlich versetze ich das noch ein Stück hier rüber. Oder wir machen hier noch einen Weg lang. Und dann kommt das direkt da ran. Jetzt kann er erstmal arbeiten. Das dauert natürlich eine ganze Weile. So, kurz mal schlafen gehen. So, dann packen wir mal die Osterdeko hier irgendwo hin. Zehn Stunden, glaube ich, sind gut. Also zumindest hoffe ich, dass es dann hell ist. Mal gucken. Um sieben Uhr schlafen gehen. Wer kennt es nicht? Macht man so. Hier bei Animalica geht man auch mal kurz vor sieben ins Bett. Weil dunkel. Der ist ja so wie jetzt, ne? Warum nicht? So, ist hell? Nö. Toll. Na, super. Hier können wir doch erstmal... Geht das? Kann ich hier so eine... Ach, ich habe doch meine Lampe. Moment. Meine Lampe. Gear. Hier, das da. Dann packen wir noch diese Teile hier irgendwo hin. Schön ist was anderes, aber besser als gar nichts, ne? Das geht ja. So, die fünf. Aha. Träumchen, also... Ne? Ist voll gut. Wir brauchen ganz viele Lampen. Wo kriegen wir eigentlich Lampen her? Drin haben wir ja nur die Kerzen. Können wir Fackeln? Also Standfackeln machen? Das ist ja nur eine für die Hand, denke ich mal. Aber wo bauen wir denn Lampen? Fragezeichen hier vielleicht? Oh Gott, diese ganzen Gebäude, ey. Ja, ähm... Keine Ahnung, keine Lampen. Gibt's garantiert, bin ich mir sogar sehr sicher. Warum sollte es hier keine Lampen geben? Aber... Ich weiß nicht, wo. Keine Ahnung, wo. Ui, 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 ui. Also hier ist auf jeden Fall eine Lampe drin. Vielleicht kann man das ja in Blacksmith machen. Hier, irgendwo. Wo? Nein. Da vielleicht? Wo könnte das denn noch sein? Hm. Ich weiß es nicht. Na gut. Es war auf jeden Fall schön, mal wieder hier reinzugucken. Na, Miti? Bist du hier rausgelaufen? Was ist da los? Ich sollst hier nicht alleine rumgeistern. Nicht da alleine. Haben wir vielleicht hier? Das ist nur Deko, ne? Hier ist auch nur Deko. Okay. Ja, weiß ich nicht. Also Lampen kriegen wir bestimmt irgendwann noch raus. Okay. Das heißt, wenn der nächste Stream kommen sollte mit Annie Malica... Ich kann jetzt nicht sagen, wann, weil noch so viele Sachen anstehen wie Valheim und Co. Ähm. Und natürlich auch Ark. Aber beim nächsten Annie Malica-Stream... Warte mal, ich hab hier noch eine Idee. Ja, guck mal da. Aha. Ähm. Dann machen wir Wege... Oh, das sieht schön aus. Wenn die Sonne hier so hochkommt... Voll gut. Machen wir hier Wege fertig. In alle Richtungen. Und dann so nach und nach die Farmen und die ganzen Settlements und diesen ganzen Kram... Hat eine Sauerei hier. Wir schlafen. Solltest auch mal schlafen gehen. Jetzt ist der Himmel grün. Also sehr, sehr schön hier gemacht. Mal rosa, mal grün. Fein, fein. Ja, also. Mir soll es reichen für heute. Hier gibt es halt massig zu tun, ne? Unfassbar. Und ich wollte es halt unbedingt mal testen. Ich finde es eigentlich ganz cool im Stream so. Mal gucken. So. Bis zum nächsten Mal.